Ach ja, wir haben ja eine Krone vom letzten Mal dabei, Lul. Ja, wir machen weiter bei Fortnite. Ganz normale Runde. Ich glaube, es ist sogar noch von den täglichen Missionen her der gleiche Abschnitt, so dass wir nur noch eine tägliche Mission machen können. Theoretisch fehlt uns nach wie vor die Geschichte, ein Emote zu setzen, während wir Schild bekommen. Aber das ist jetzt auch, wie gesagt, sobald ich mal den Sprinkler habe, läuft das. Und vorher läuft das halt einfach nicht, so ganz simple Geschichte. Okay. Jetzt gucken wir mal, ob wir wieder einen königlichen, epischen Sieg bekommen, aber ich denke eher nicht. Ich glaube, einmal hatten wir einen. Ich glaube, einmal hatten wir einen, aber wie gesagt, ich denke nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ach nee, hier drüben sind die hoch. Hoppala. So, wo ist mein Gesprächspartner? Wenn es in dem Haus ist, in diesem rötlichen da, dann ist schlecht. Wenn es in dem da unten ist, ist auch schlecht. Wenn es in dem da drüben ist, wäre es am besten. Aber es zeigt mir doch überhaupt gar nichts an. Ah, da unten zeigt es mir an. Okay, ja, da war mal so. Ist dann halt schlecht. Okay. Ich mag zwar die Dings, aber ich muss erst mal... Oh Gott, ich muss an Waffen. Scheiße. Okay, ganz schnell. Ganz schnelle Waffe. Nehme ich so. Okay, okay. Scheiße. Ähm. Okay. Hat der mich jetzt nicht gesehen? Oder hat der einfach auch noch keine... so richtige Lust, sich mit jemandem hier anzulegen? Weil ich kann es verstehen. Oh, mir... Da fällt mir ein... Auf, mir fehlt noch die Humor-Musik. Gott, hier ist richtig Party. Ist jetzt aber gar nicht so gut, ne? Oh, das ist gar nicht so gut hier. Jetzt hänge ich hier fest. Kann man auch schnell hier runterrutschen. Wurde hier schon geräubert? Nein, hier wurde noch nicht geräubert. Sehr gut. Sehr gut. Dann ist hier nämlich die Kiste da hinten auch noch frei. Okay, die haben wir jetzt schon. Was hast du für mich? Vandages brauchen wir nicht. Ist okay. Oh. Okay, er will es. Ja. Okay. Ja. Ne? Er wollte es wissen. Jetzt weiß er es. So. Wohin müssen wir denn eigentlich? Da hoch. Okay. Gibt es was tägliches, was wir jetzt... Eliminiere Gegner mit Hammersturmgewehr. Konditionen Lagerfeuern. Okay. Kondition allgemein. Oh, Vorsicht. 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 Oh, das ist sogar das Hammersturmgewehr. Ja, lol. Nein! Nachladen. Hilfe! Nice! Oh, das war schlecht. Das war schlecht. Das war schlecht. Geesh, ich habe keine... Ich habe... Alter! Ich habe keine Munition mehr gleich, ne? Alter! Das ist so eine knappe Scheiße hier, was wir hier fabrizieren, ne? Geht das halt auch? Sehr gut. Gibt es auch Schild? Jungbrunnen-Eisenwaffel, keine Ahnung. Warum man das immer noch essen kann, obwohl man Dings nicht mehr hat. Äh, ja, hier ist echt auch immer ganz schön viel Party, ne? Muss man mal sagen. Stacheler-Maschinenpistole kann man ersetzen. Sehr schön. Dann haben wir da ein bisschen mehr Munition, finde ich gut. Oh, hier liegt auch jetzt noch Geld rum. Okay, okay, okay. Ist in Ordnung, kein Thema. Da oben war noch einiges an Munition, ne? Ja. Oh. Oh-oh. Hat der mich gesehen? Ja, schon, ne? Oh, aber der hat scheinbar nicht viel... Der hat scheinbar nicht viel entgegenzusetzen. Da drüben wäre ein Schilddrang. Ja, komm, wir lassen ihn mal in Ruhe. Ich interessiere mich gerade doch sehr für den Schilddrang, muss ich gestehen. Scheiße. Wolf! 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 Okay, Abflug. Ich habe wieder mal nicht darauf geachtet, was hier los ist. Scheibenkleister. Ich muss aber ordentlich Gas geben hier. Wir können mal das Spray dabei, wir können uns also schön heilen. Aber das ist natürlich nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ah! Oh, Bruder. Nein! Jetzt muss ich noch raus und rum. Oh Gott. Ah, mach dich weg. Lass uns in Ruhe. Oh shit. Äh, ja. Gut, das ist jetzt nicht so. Na, kommt, egal. Sollen die sich mal... Sollen die sich mal dieb haben? Oh Mann. So. Okay. Das war... Großartig. Nicht ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Schön. Ach nee, haben wir schon. Nee, haben wir noch nicht. Das kann man ersetzen. Sehr gut. Diese aufladbare Maschinenpistole, mit der kann ich halt echt nichts anfangen. Wenn ich sie nicht gerade für eine Mission brauche, dann meide ich die, so gut es geht. Wo muss ich hin? Okay, ganz schön weit. Wir brauchen irgendein Fahrzeug. Hilfe. Hilfe. Oh, scheiße. Wo denn? Aber wir haben keine Zeit für den Käse. Ist da drüben ne... Ah, da drüben sind die Crossroads. Da ist ein Auto. Wenn ich Glück habe, ist da noch ein Auto bei der Tankstelle. Oh shit. Okay, nee. Der ist mir egal. Solang der mich nicht juckt, jucke ich ihn auch nicht. Da fährt einer Auto. Da läuft einer. Okay. Wir haben hier auf jeden Fall Möglichkeiten. Sehr schön. Ich habe sogar noch ein bisschen Zeit. Kann noch mal kurz quatschen. EP mitnehmen. Oh, nice. Das nehmen wir mit. Und dann fahren wir weg. Und dann fahren wir weg. Oh, mir fällt gerade auf, wir haben keine Musik angemacht. Das wird sofort erledigt. Nachgeholt. Das... Oh, wie schlecht ich zählen kann, ne? Besser, nix so besser, uuuuuhh! Nice! Nice! War langsam, ich muss mich kurz mal heilen können, die können wir ersetzen. Wow, wow, wow! Wo schießt denn? Alter, wieso zieht's mich denn ständig hoch? Ah, jetzt seh ich den Typen. Okay. So. Da oben sind auch noch welche. Schade. Normaler Vogel, uninteressant. Ja, Musik kann ich grad noch nicht für mich drum kümmern. Kommt gleich, in der zweiten Runde dann. Ist grad bisschen schwierig zu gegeben. Wer will es denn da schon denn jetzt? Schade, 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 aber okay. So, jetzt schnell Musik anmachen. Einmal Kyumu. Let's freaking go. Und wir sehen uns gleich wieder. So. Es geht weiter. Wir würden wieder starten mit Joneses. Wisst ihr Bescheid. Wobei wir diesmal direkt rüberfliegen, aber ist mir egal. Ist mir egal. Dann gehe ich halt lieber gleich drauf, als dass er zufällig jetzt genau dort ist, die Person, die mir noch fehlt. Alles andere wäre blöd. Alles andere wäre richtig, 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 richtig blöd. Okay. Raus mit uns. Was ist dieses Blau-Leuchten da? Ach, ist da Darth Vader jetzt? Könnte sein, ne? Ja, ja, ja. Ja, okay. So, ich glaube, in dem Häuschen müsste jemand sein für mich. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott, ja. Das ist der letzte Charakter, der uns noch fehlt. Sehr, sehr geil. Bukuhila-Fatzke. Okay, jetzt ist mir alles egal. Sehr schön. Oh, hier ist keine Kiste, hier ist nichts. Das ist vielleicht nicht so gut. Da drüben ist eine Kiste drin. Okay, wir haben, wir haben eine kleine, eine kleine Maschinenpistole. Oh, da liegt noch ein bisschen mehr rum. Eine schöne DMR. Oh, scheiße. Uh. Der hat jetzt gar nichts mehr getroppt, ne? Ja, stabil. Einfach alles verschossen schon. Okay, aber hier gibt es eine ganze Menge Stuff zu finden. Genau, da geht es los. Ich bin mal so frei. Oder auch nicht. Schade. Okay. Es war ein Versuch, der funktioniert hat. Nichtsdestotrotz brauchen wir von gefühlt allem mehr. Allem mehr Schild. Ah, hier ist wieder hier draußen, das Ding, ne? Genau. Ich hätte gerade fast mit der falschen Waffe geschossen. Ich hätte gerade fast ein Inferno entfacht. Wo sind die jetzt hin? Ist der oder die hoch? Oh, shit. Oh, ich brenne es selber. Das ist ja gar nicht so geil. Nein, ich habe keine Dings mehr. Okay. Ich glaube, ich habe den gar nicht erledigt. Das war, glaube ich, der andere, ne? Alter, was hier immer los ist. Ey. Jetzt haut es ab. Jetzt haut es ab. Wo ist die hin? Wo ist die hin? Das kann nicht sein. Die ist sowas von geschwächt. Nein, ich habe keine Scheiß-Monnie mehr. Okay. Boah. Junge, 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 Junge. Was ist hier denn alles jetzt wieder los? Ähm. Okay, da höre ich noch eine Kiste. Sehr schön. Nice. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. So. Bisher nur grüne Waffen. Da drin muss noch irgendwas sein. Okay. Sehr gut. Kann man ersetzen. Sehr schön. So. Gegner. Oh, hat mir Böse gegeben, aber haben wir, haben wir geschafft. Immerhin etwas. Aber hat mir Böse gegeben. Muss ich direkt da, direkt wieder auffüllen. Mann, Mann, Mann. Was ist denn da los? Nein, ich will nichts kaufen. Okay. Wo muss man eigentlich hin? Wir sind voll im Gebiet. Das ist natürlich nicht schlecht. So. Ich gehe mal ganz kurz hier rein, um ein bisschen Mission zu gucken. Also, Sammlung ist jetzt vollständig. Nice, nice. So. Fischsammlung weiß ich nicht. Also, das würde ich nicht fühlen, dass wir das vollständig machen. Bin ich ganz ehrlich. Fisch muss ich nicht haben. So. Täglich ist auch nichts Wichtiges mehr. Ja, also aktuell ist nichts speziell. Ah, wir könnten verschiedene Objekte finden. Oh, was ist jetzt passiert? Ach so, ist einfach ein bisschen neblig geworden. Ich dachte schon. Wir könnten versuchen, zu verschiedenen Orten zu gehen und Objekte zu finden. Konto Canyon fehlt zum Beispiel noch. Okay. Machen wir. Eine Maske fehlt noch bei Konto Canyon. Dann machen wir das doch noch. Nein, ich hasse es, dass ich immer nachladen... Vergesse. Scheiße. Die kam von zwei Seiten. Ah. Ah, der war da drin. Okay. Ja, das erledigt dann natürlich den, den ich vorgeschwächt habe. Ist in Ordnung. Aber ja, dann wäre das jetzt noch so die nächste Geschichte, dass wir... Wir gehen mal kurz zurück zur Lobby. Um das einmal kurz durchzusprechen in Ruhe. Um das einmal kurz durchzusprechen in Ruhe. Ich glaube, einen Levelaufstieg hatten wir jetzt nicht dabei, ne? Ne. Doch. 89, okay. Okay. Ah, es dauert jetzt halt jedes Mal noch viel, viel länger, ne? Also, Leveln dauert jetzt schon noch ein bisschen. So schnell werden wir nicht auf was ganz hohes kommen. Wobei wir natürlich die Meilensteine auch noch mitnehmen die ganze Zeit, ne? Also, da geht's ja auch ununterbrochen nach oben, ununterbrochen nach oben. Immer 5k, 5k, 5k. Und wenn man hier ein bisschen sammelt, gibt's auch ein bisschen mehr. Okay. So. Das sind halt 1k. Ich meine, kann man auch machen, aber ist jetzt nicht so viel wahnsinnig wert. So. Ähm. Und das sind 14k, wenn man die noch voll bekommen würde. Aber auch das macht jetzt nicht wahnsinnig viel aus. Also, bis 100 ist schon noch ein Stück. Ja, das muss man schon sagen. Bis 100 ist schon noch ein ganz schönes Stück. Okay. Aber wie gesagt, was wir tun können, wären die Schnipsgeschichten. Da gibt's nämlich jetzt noch bei Kondo Canyon gibt's noch eine Maske. Bei Shifty Chefs gibt's noch eine Maske, die wir noch nicht haben. Bei Sleepy Sound gibt's noch zwei. Wöchtliche Aufträge in Woche 9 gibt's ein so Ding. Das ist das Letzte, was noch fehlt, die Geschichte mit dem Sprinkler. Greasy Grove wäre noch eine, zwei sogar, zwei sogar, habe ich noch nicht gefunden. Und auch da einfach weitere wöchtliche Aufträge. Okay. Mehr ist da aktuell noch nicht zu finden. Gut, dann gehen wir noch einmal rein und ich würde sagen, je nachdem, wo sich der Bus am ehesten sinnvollsten aufhält, wir haben ja alles möglich. Wir haben Shifty Chefs, wir haben Kondo Canyon, wir haben Greasy Grove und wir haben, was war das dritte? Sleepy Sound, wo ist Sleepy Sound nochmal gewesen? Da oben. Also, querbeet könnte man eigentlich die ganze Map mit Masken besuchen. Let's go. So, und es geht auch gleich los. Okay, wir starten hier. Dann würde ich sagen, wir fangen den Sleepy Sound an. Wie viele haben da gefehlt? Zwei, genau, dann kann man das nämlich machen. So, zack. Werden mir die, oh, werden mir die vielleicht sogar angezeigt, wenn ich den Auftrag verfolge? Das habe ich noch gar nicht getestet. Das wäre ja sick. Aber das habe ich noch gar nicht getestet. Wenn ich den Auftrag verfolge, werden mir die angezeigt? Ich glaube nicht, aber es wäre lustig. Aber fast dann zu einfach, weil dann würde ich das nämlich nicht machen. Oh, shit, die werden mir angezeigt. Okay, nee, ich will die schon suchen. Nee, ich will, ich will die schon, ich will die ehrlich gesagt, ich will die schon suchen. Also, eine wurde mir hier irgendwo angezeigt, ne? Irgendwo in der Ecke. Aber ich würde die schon suchen wollen, ehrlich gesagt. Aber es ist gut zu wissen, falls man sie nicht mehr suchen möchte, dass man sie auch anzeigen lassen kann. Aber wo ist die jetzt überhaupt? Mir wurde hier eine angezeigt, aber ich weiß gar nicht, wo die sein soll. Niemand hat auf mich geschossen jetzt schon? Was soll das denn? Scheiße. Ich glaube, das juckt den gar nicht. Oh, aber einen schönen blauen Revolver hat er dabei gehabt. Den habe ich jetzt. Das ist ja alles Kondition, ne? Was mich zu der Frage zurückbringt, wo zum Teufel ist diese Maske? Komm ich ja auch noch irgendwie weiter nach oben? Gibt es ja auch einen zweiten Stock. Weil da scheint es ja mehr zu geben, hier hochwärts. Aber wie komme ich da hoch? Lustig, dass es gerade schon schwer genug ist, selbst mit Dings die Maske zu finden, ne? Ne, hä? Also, ich bin verwirrt. Ist die auf dem Dach? Es hat doch hier so ein Ding angezeigt. Scheiße. Ich verfolge jetzt trotzdem nochmal den Auftrag. Einfach nur... Guck mal, hier ist jetzt... Genau hier, wo ich jetzt stehe, ist das Symbol. Lol. Okay. Aber ich bleib dabei, ich find's lame. Ich will, ich will die suchen. Das ist das, was das gerade ausmacht mit den Masken, dass man die suchen muss. Also, keine Ahnung. So, eine würde noch fehlen jetzt hier. Eine würde noch fehlen. Dabei kann man auch schön Geld sammeln. So. Auch ein bisschen Schild. Nice. Na. Und damit haben wir das Schild voll. Prima. So. Aber hier scheint nicht mehr zu sein. Oh, da hinten ist noch ein Raum. Oh, da ist sogar eine Truhe drin. Ja, sehr schön. Da drüben waren wir bisher auch kaum. Da könnte auch so eine Maske sein. Die sind ja meist jetzt auch nicht so krass versteckt, ne? Oh, nice. Oh, nice. Die ist unter mir oder so. Und ich glaube auch im Gebäude drin könnte die auch nicht sein, ne? Bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Sehr schön. Aber die ist, wo ist die denn? Nee, die ist über mir. Ah. Oh, wichtig. Wichtig. Vielleicht sollte ich immer erstmal oberflächlich suchen und dann erst so ein bisschen in die Details gehen. Hopp. Ah, ich hab da gar nicht mehr dran gedacht, dass ich da ja was gestartet hab. Ups. Na, dass ich erst so ein bisschen wirklich komplett rumgucke. Und wenn man es da noch nicht findet. Dass man dann halt genauer rumschaut. Ei. Ich glaub, hier war mal auch eine auf so einem... Auf so einem Ding, ne? Auf so einem Steg war, glaub ich, auch mal eine. Aber die haben wir wahrscheinlich schon. Ja, ja. Ist das da drüben auch noch Sleepy Sound eigentlich? Ich glaub nicht. Ich hoffe nicht. Ist das da drüben auch noch Sleepy Sound? Nein, Sleepy Shrubs. Okay. Dann wird da hoffentlich nichts mehr sein. Aber ich mag das auch, ne? 400 EP für jede von diesen Taschen, die man öffnet und so. Also wir haben schon noch gute Möglichkeiten zum Leveln. So ist es nicht. Aber bisher... Keine weitere Maske zu sehen. Wenn ich der Meinung bin, ich hab genug geschaut, dann werde ich die Verfolgung anmachen von der Maske. Aber jetzt bleibt eigentlich noch dieses große Gebäude hier, ne? Also da haben wir jetzt halt noch nicht genau geschaut. Das ist jetzt der Punkt, aber was ich gemeint hab. Wir haben jetzt oberflächlich, haben wir eigentlich jetzt wirklich geguckt, bin ich der Meinung. Wir waren da noch nicht oben drin. Wie kommt man denn da hoch? Hinten kommt man noch rein. Aber wie komm ich nach oben? Ich meine, ich verstehe, dass ich mich hoch tricksen kann. Also nicht tricksen, aber dass ich mich hoch springen kann und so. Aber die Figuren selbst müssen doch auch eine Möglichkeit haben, in die oberen Stockwerke zu kommen. Die nicht springen können und sonst was. Also da oben ist ja... Da ist ja eine Treppe und alles. Wieso finde ich den Treppenaufgang nicht? Vielleicht gibt's halt doch... Es gibt wohl doch keinen. Ich würde jetzt sagen, es gibt keinen Aufgang zur Treppe. Seht ihr das auch so? Okay, cool. Dann machen wir uns einen. Ja, das ist so ein Dachgeschoss, aber man hat keinen Eingang zu dem Dachgeschoss. Ist schon witzig. Aber auch keine Maske hier. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt da drüben noch gucken. In dem Haus waren wir noch nicht zur Genüge, meiner Meinung nach. Oder auf dem Haus vor allem auch noch nicht. Aber da drüben auch noch... Naja, wobei... Aber wir sind mal dran vorbeigelaufen. Sollte hier drinnen wirklich eine Maske sein. Das wäre ja schon witzig. Weil ich es mir halt weniger vorstellen kann, dass hier drinnen sowas ist. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ne, so ist es nicht. Hier außen ist ja offenbar wirklich nichts. Hier war ich noch nicht drin. Sollte hier drinnen. Das war nichts, Kollegin. Aber ist okay. Hier war nichts, ne? Irgendwo ist noch eine Truhe. Da drin. Okay. Nice. Aber wir haben aber gerade... Okay, wir können gerade kein Schild auf... Leck mich am Arsch. Habt ihr das gehört? Der wollte mit dem Dings arbeiten. Mit dem Aufladbaren... Genau, mit dem Aufladbaren Scheißdreck. Aber das ist halt einfach keine gute Waffe. Okay. So, ich gehe mal hier in die Zone rein und hoffe, dass ich jetzt, wenn ich das hier verfolge, dass ich nochmal so ein Ding angezeigt bekomme. Ah, ich bin zu weit weg wahrscheinlich. Wahrscheinlich bin ich zu weit weg. Oh, lol. Legendärer Vogel. Nein, legendärer Vogel, bleib hier. Der ist weg, ne? Ja, der ist weg. Scheiße. Ah, gut. Ne, hier zeigt es nichts mehr an. Die muss dann weiter drüben sein, die Maske. Und ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, die zu verpassen. Es ist unfassbar. Okay. Aber Sleepy Sound, wissen wir jetzt Bescheid, habe ich genug geguckt. Ab jetzt mit Hilfe. Gut. Aber so ein bisschen ausprobieren möchte ich es dann schon. So, wir fahren. Wir fahren weg. Ach, das ist ja gleich hier alles. Okay. Witzig. Ich bin so schlecht. Nice. Ich bin so schlecht. Drei Spieler nur noch. Warte, das habe ich gar nicht realisiert. Oh mein Gott, was ist los? Das ist ja sick. Wo ist der Typ hin? Der ist da drin, der ist da drin, der ist da drin. Oder auf dem Dach oder so? Der muss irgendwo hier sein. Ich bin so schlecht. Nein, ich bin zu nah dran. Nein, ich bin zu nah dran. Jetzt go, go, go. Emote. Sehr schön. Das war zwar nicht die Priorität, aber es war wichtig. So, das hier auch. Irgendwo muss jetzt noch der letzte sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Ich meine, ich mache mich hier gerade komplett bemerkbar, ne? Ich muss hier weg. Boah, ist das spannend. Wo ist der Typ? Trau dich. Trau dich. Versuch's mit deinen Scheiß-Groove, mit deinen Scheiß-Dingern. Das war's mit dich. Das war's für dich. Alter. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Erfolg auf ganzer Linie. Wir haben die letzte wöchentliche Mission abgeschlossen und nochmal einen epischen Sieg geholt. Nice, nice, nice. Prima. So kann's doch weitergehen. Level 90. Level quicking 90. Es ist unglaublich. Und wir sind schon kurz vor 91. Also das hat, das hat böse EP gegeben, die Runde. Die Runde hat böse EP gegeben. Sehr, 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 sehr schön. Okay. Gut. Ja, dann, äh, wenn wir gerade nichts zu tun haben und jetzt bis wöchentliche Aufträge kommen, dann ist es wieder eine Woche, so, ne? Also wenn wir aktuell erstmal nichts zu tun haben, würde ich dann erstmal noch auf die Masken gehen. Und wenn die auch durch sind, hier warten wir jetzt noch elf Tage drauf, so. Es ist, es ist gerade wirklich nicht viel zu tun. Nebenher, neben dem ganzen Zeug, was man sowieso macht, ne? Und hier ist auch nur noch Gegner eliminieren. Das kriegen wir auch noch hin. Also die 14k nehmen wir auch noch mit, irgendwann. Sehr schön. Reicht aber für jetzt. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Das fürs Zuschauen. Das fürs Zuschauen. Untertitelung des ZDF, 2020